So, da sind wir wieder bei Fortnite. Wir machen weiter das Event und müssen jetzt für Lars irgendwie irgendwelche Server sammeln oder sowas. Also, ich denke, wir starten einfach mal und sehen uns das genauer an. So, da sind wir auch glatt. So, hau erstmal das Ding kaputt. So, wir suchen glatt mal das, was wir für Lars suchen sollen. Okay, war das nicht. So, diese wunderschönen Dinger sollen wir sammeln. Alles weg. Ich brauche ein volles Backup. Ich sichere meine Daten, wo immer ich kann. Sucht nach Server Racks. Ich stehe auf Redundanz. Je mehr, desto besser. Ich will ein Backup vom Backup. Okay. Ich hoffe, du bist in Stimmung für Laser und Rache. Es ist Zeit, den Sturm zu bekämpfen. So, da haben wir noch einen weiteren Server. Auch gleich wieder in Gang bringen. Schnapp dir alle Backups, die du findest. Übertrage Busbetriebssystem Backup. Rache, das ist auch gleich, wenn er Lars gefunden wird. Wie hält sich dein Bus? Offenbar ist eine schwere Isolierung für Flugobjekte. Keine gute Idee. Gut zu wissen für Version 2. Du weißt, dass es keine Version 2 von Lars gibt, oder? Jetzt schon. Was? Geigen Humor ist jetzt nicht erwünscht. Alles klar. Such weiter nach Servern. Wie mache ich? Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du so weit bist. Bonus Herausforderung jetzt verfügbar. Ich schweb immer... Nein. Ich werde auf jeden Fall abstürzen. Zum Glück hat das Ding Airbags. Äh, was das angeht. Ihr habt die Airbags ausgebaut? Wir müssen gewichtlos werden. Er heißt Luftray. Du solltest ja nicht abstürzen, Lars. Das ist Brock. Läuft bei ihr. Guck. Aber naja, ich denke mal... Hier ist einer der letzten Server drin. Oh, geht das? Geil. Das wird eine holprige Landung. Aber es besteht die Chance zu überleben. Eine Chance von 20%. Und das ist vergleichsweise wirklich gut. Muss mich konzentrieren. Reden später. Oder auch nicht. Nach oben. Leg Blue Glow in den Anlass ein. Oh, Gott. Nicht? Was hat er dann? Da ist er. Ja. Das war auch der letzte Server. Also, wie man gesehen hat, kriegt man alle 5 Server in einer Mission. War jetzt gar nicht so schwer, finde ich. Das hat dir noch nie jemand geglaubt. Hallo. Das musst du sehen. Carlos war hier. Ja. Da haben wir alle 5 Server in einer Runde gefunden. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, wo man die so findet. Und wie man die am schnellsten einsammelt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Event. Was auch gleichzeitig die letzte Mission dieser Reihe ist. Und zum nächsten Mal.